Hi, liebe Kino-Checker, ich bin's, Huibu, der Schlossgespenster, das gruseligste Grauen. Was ist mit meiner Stimme los? Ich wollte nur sagen, Huibu ist zurück? Ja, ich wollte sagen... Der Film heißt Huibu und das Hexenschloss, ab 3. November in meinem Kino. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon mal reinschauen. Geht's los? Ja. Hey, es geht los, Julius. Die ersten Gäste sind ihr. Oje. Schülmerde, kiske Tüffet. Komm schon, unsere große Premiere. Bist du bereit für deinen königlichen Auftritt? Nein, aber bereit, da werde ich auch nicht. Äh, Pappela, Pappe. Na los, das wird ein voller Erfolg. Das gruseligste Spuch dir da aller Zeiten. Du hast genau einen Versuch und wenn der schief geht, dann wird es keine weitere Vorstellung geben. Keine Sorge, nach der Premiere werden uns die Leute in die Bude einrennen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Huibu, das gruseligste Grauen, hat die Spuklatte ganz weit nach oben gelegt. Wer es glaubt, hat denn eure Probe wenigstens irgendwas gebracht? Ja, aber sowas von. Warum habe ich mich nur darauf eingelassen? Sagen wir, damit wir nicht mehr reizeln müssen mit dem Möbel. Wir haben natürlich vollkommen recht, Charles. Was kann ich schon noch groß verlieren? Meine Ehe ist ruiniert, mein Vermögen ist weg. Du hast immer noch mich. Und ich habe immer noch dich. Du musst darauf aufpassen. Du schaffst das. Versteck dich. Versprich mir, dass du nach Schlussburg eingehst. Hey, es geht los, Julius. Spukki Huibu? Sie ist deine Hexe. Ich bin Ophelia. Seine nicht. Huibu ist dein Onkel? Wir mussten fliehen, vor der bösen Erla. Gib es mir. Aber sie hat Mama entführt. Was will sie von deiner Mutter? Das ist das Necronomikron. Das bunte Zauberbuch. Schauderhafter als jede Kreatur im Dies und Jenseits. Ist das nicht super gruselig? Sie wird alles tun, um es zurückzubekommen. Wie ist sie los? Das heißt, ihr helft mir? Wir werden sie retten. Au! Die Knusperhexe. Sie wird uns messen und dann in ihren Ofen stecken. Entspann dich, du Cockvogel. Nur gemeinsam können wir Erla besiegen. Ups. Das ist ja... Unglaublich. Rässlich. Niemand entführt ungestraft die Schwester meines Schlossgespenstes. Hexen, Hexen, Hexen. Was mache ich nur? Hilfe, Huibu! Äh, wie war ich? Wie war die Untergang von den Titanen? Schnell! Steig auf! Hey! Ich wette auf die kleine Mädchen. Ja. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt resid Live. – I'll see you in the. Wir würden es übrigens hier empfehlen! Bis zum nächsten Mal.